Hallo und herzlich Willkommen zurück zu einer, na, kann ich nicht sagen, herzlich Willkommen zu einem Ersatzvideo mal wieder, ja. Ich weiß, ihr hättet Leute Worms erwartet, aber Robin kann nicht, weil wegen, ne, ist halt so. Hat er anderes zu tun und daher, ich hab eigentlich, ich wollte Worms aufnehmen, hab auch irgendwelche random Leute gesucht, aber keine gefunden. Als wir das, äh, 50-Abo-Special aufgenommen haben, gab's am laufenden Band irgendwelche Leute, die uns gejoint sind, jetzt gibt's auf einmal gar keine mehr. Du findest auch nichts, kein Spiel, kein gar nichts, kein, was grad läuft. Deswegen dachte ich mir mal, hauen wir mal als Ersatzfolge eine Runde Happy Wheels raus. Das stimmt noch, eigentlich, äh, da wird einiges Neues dazugekommen. Hier, Hit the Watermelon 3, vom 12.2., Raid, achso, na, das wäre auch die 8. 5-4-Part-4, Hit the, oh, ah, das ist geil. Er kam, sah und hat die Watermelon einfach mal so gehittet. Easy, ja, das gucken wir uns gar nicht jetzt an. Ballthrow 4, welcome to my ballthrow plus jetfall, yes, this level is entertaining. Please save funny replays and raid whatever you want. Wow. Haben mehr hart, ey. Ich hoffe mal, der Sound ist jetzt auch gut abgemischt, dass man diese Jets jetzt hier nicht so laut, wow, dass man die Jets jetzt hier nicht so laut hört. Oh, da ist das Ziel, da ist das, uh, ich lebe noch, ich lebe noch, auf jeden, auf jeden Sieg, Sieg, aber egal. Ich will dieses Ding jetzt auch nochmal gewinnen hier. Okay, das haben wir jetzt auch geschafft. Aber, alles klar. So, easy, jetzt alle drei Sachen geschafft. Throw your kids, wenn ich ein bisschen durch die, äh, mich komisch anhöre und durch die Nase spreche, dann ist hier, weil, ne, ein bisschen verschnupft und so. Lol and enjoy. Ach, ich muss den da oben reinspfeffern, okay, alles klar. Ja, gut, das Kollateralschaden, ich mein, ja. Komm schon. Ja, 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 kein Ding. Ja, was hier abgeht. Da, guck, irgendwann muss ich doch da oben ein ganzes Kind zusammen haben. Ach, scheiße. Ja. Na, komm. Ja, komm, zack. Yes. Es ist drin. Es war so halb, aber egal, da bin ich nur dran. Harpoon run. Harpoon run, save your replay. Hey, Hashtag Harpoon, Hashtag run. Vom 13.02.2016. Und jetzt geht's los. Was ist denn los heute, sag mal? Aber ich glaub, dass mit dem Aufnahmeprogramm läuft jetzt Happy Wheels flüssig. Sword Throw, jetzt geht aber los. It's awesome. Vater, was ist da los? Ja, der lebt noch. Guck, siehst du? Das ist Manneskraft. Okay, jetzt ist er tot. Zack. Zack, hab ich gesagt. Zack. Und jetzt hier. Gib ihm und weiterwerfen. Die Tür ist Gott sei Dank zu. Hat aber eine schlechte Laune, du. Er hat aber eine schlechte Laune. Ja. 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 Ja, Pfeffer, ich mein, wir haben ja genug Schwerter. Okay, jetzt muss es laufen. Jetzt muss es laufen. Oh, nein. Nein. Okay. Something shocking will happen. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Ich will... Nein. Was? Ach so, Double Kill. Triple Kill. Boah, Alter, bin ich scheiße. Jetzt zack und zack. Okay, kannst wieder verknicken hier. Nein. Na, ist auch nicht gut, aber ist immer besser als... Du brauchst die nicht nochmal. Ach, komm schon. Bämst. Ja. Nein. Oh Gott. Facka. Ja, Bämst. Das war aber Rauchregen. Penner. So, zack. Zack. Mann, jetzt fang das doch nie ab. Jawoll. Jawoll. Ey. Jawoll. Och. Stück. Code. Meine Fresse. Der da unten ist... Jetzt aber. Jawoll, nimm die Kleine mit. Kann doch jetzt... Nicht so... Schwer. Ich brauche einen anderen Charakter. Wie sieht's denn mal hier mit dem Segway-Typen aus? Jawoll. Guck mal, der passt doch schon mal. Perfekt. Geht doch auch richtig... Feuer im Polo. Nimm sie alle mit. Na, kommst du wohl jetzt her, du schlabiner? Die chillt. Der hat ja noch gelebt. Okay, jetzt ist... Der ist jetzt wenigstens tot. Ich will wissen, was da passiert. Der ist zu spackig, um sich das... Fuck you. Bams. Mit dem Knauf. Was ist das denn? Warum nimmt der denn jetzt... Warum nimmt der nicht ein Schwert? Weg die Sau. Nein, nur eins. Save me! So, jawoll. Zack. Ey, was ist das denn? Ich flippe hier nur aus, ey. Letzter... Letzter Versuch jetzt hier. Los, komm. Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Jetzt sitzt der da oben, oder was? Fall. Um, du Sau. Na, also. Oh, ich schau wieder schon, wie hab ich mir hier. Fick dich. Nee. Nee, nee, nee. Deathrun Extreme. Welcome to my third Deathrun, as you have probably played my first one. I added one big change to it. Anyways, please rate, save, fastest replay, comment, and play my other two Deathruns. Enjoy. Ach, dat is dat. Äh. Ich dachte schon. It won't be easy for long. Also, ich mach momentan gar nichts. Ja, wow. Jetzt blitzsch ich hier fest, oder was? Was sind das denn heute für Level, ey? Können ja gar nichts. Shorica without Bugs. Corrected version. Corrected version. Now without Bugs. End with translation. To understand better. What? What? What the fuck is das denn? What the fuck is das denn? Shit. Alter Schwede. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr. So richtig. Was ich sagen soll. Ah. Schrauben wir jetzt wieder rein. Hier auch. Jetzt kommen die Batterien rein. Die Platte drauf. Die Schraube rein. Und. Und. Es ist doch schön, dass der zum Vollbild angezeigt wird. Das Video. Ich jetzt. Ist doch klar. Das ist die ganze Zeit. Subscribe to me online. What the fuck? Ja gut. Ja. Jetzt haben wir gewonnen. Ich meine so cool sah es jetzt zwar nicht aus, aber wir haben gesiegt. Warte du an. Jawohl. Or not. Und Trolllevel. Alter. Nee. What? Hammer. Und jetzt einfach weiterfahren? Oder wie sieht das aus jetzt hier? Okay. Ja, ja, ja. Kann nix nach dem. Oh. Wird da schon wieder stehen. Jetzt überspringen wir jetzt einfach. Danger wird 100 pro Save sein. Nein. Okay. Alles klar. Ja, jetzt schreist du ein bisschen rum. Alles klar. So. Der Typ hat aber Speed drauf. Das ist unglaublich. So. Save. Hier werden wir einfach überall stehen. So. Der Sohn bleibt da irgendwo. Ich weiß. Jetzt fahr. Komm schon, Jonas. Doch. Nicht nur Pudding und Weine. Jawohl. Einer lebt davon. Wetten. Jawohl. Zwei sogar. Just do it. Wusste ich doch. Okay. 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 So ein kleiner Lutscher. What. W-w-what the fuck. Okay. Das Level, das war echt cool. Das war sogar wirklich cool. Try to stop Pogo. Good luck. Oh. Okay. Na, jetzt. Oh, jetzt muss jetzt. Sind ja wieder hier. Harte Diskussionen. Ja, wir laufen jetzt ein bisschen drüber. Nein. Kann ich vielleicht jumpen irgendwie? Nein. Äh. Ah, ich glaube, ich weiß, wie. Bis jetzt. Oh, oder so. Ich wollte mich jetzt eigentlich da abstoßen, aber... Gut. Dann halt. Dann halt so. Epic Rap Challenge. Jump through the bunch of obstacles and try to get the fastest replay. See my replay too. Enjoy. I'm gonna release a clone of the mobile game. Color Switch soon. Epic Rap Challenge. Feuer. Okay. Das ist ganz cool, muss ich sagen. Aber wir sind zu langsam. Wir kommen noch lebend da an. Also wir sind noch nicht vorher verblutet. Das ist auch eine coole Sache. Aber ich möchte das bitte... Einmal im Ganzen vielleicht schaffen. Wer drin? Oder ist das so ein Lack? Boah, alter Schwede. Die werden auch mal trittiert hier, ey. Oh, 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 oh. Das sieht... Das sah fast gut aus. So, jetzt müssen wir hier... Egal, wir haben es geschafft. So. Vor mir ist es jetzt hier noch weiter. Rainbow Staircase. Ist Staircase nicht Keller? So, oh, yeah. Ich finde, das sieht eigentlich immer ganz cool aus. Ist zwar, ich meine, gut, es ist ein bisschen langweilig, aber... Naja. So. Wie lange ist denn das jetzt hier? Also ich meine, es ist zwar... Oh. Alles klar. Survive for ten seconds. Oh, ja. Please rate five. Jetzt geht los. Ah, okay. Okay, okay. Wir haben überlebt. Ich kann es euch auch nochmal zeigen. Da musst du nämlich eigentlich einfach... Einfach nur liegen bleiben. Da jetzt kriegst du so ein Ding in den Arsch. Da, wir leben sogar noch. No, das fällst dumm. So, ja, mein Gott. Jetzt werden wir halt ein bisschen zerrissen. Und ich zeig euch gleich. Wir fallen jetzt nämlich gleich runter. Und sind tot. Aber... Meine Güte. Ah, tu Lutscher. Oh. Ja. Und wieder überlebt. Alles klar. Nice. Jetzt haben wir über... 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 Bewiesen haben wir es jetzt. So. Das machen wir jetzt noch zum Schluss. Good luck. If you win, please rate five. No. What? Oh. Wow. Ah. Wow. Wow. Nein. Ich habe bereits dieses Level für das Mechi-Projekt, aber es hatte ein paar Böcke und war ziemlich hart, also nicht viele Leute Ich habe es noch spielte, deswegen habe ich eine Füße aufgelistet. Viel Spaß, viel Spaß! Jungen-Adventure! Hau ab da! Geh weg! Okay. Darf ich jetzt passiert? Okay, alles klar. Es geht um das Timing. Okay. Ja. Oh, wir leben aber doch. Kein Stress. Willkommen zu meinem Mystery-Tree. Klick in den Levels zu ... Oh, wir leben aber doch. Livers, achso. Oh. Ja. Wow, echt jetzt? Oh! Jetzt habe ich echt meine Arme verloren? Was ist das denn für ein Lutscher? Oh. Alles klar. Bams! 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 So, das weg. Jetzt schmeißen wir die Steine. Ja, jetzt hätte ich noch geschafft. Ja, easy. Boah, das hört sich aber echt schlimm an, das Geräusch. So. Geht's hier weiter. Ah! Ah! Now click the next divider. Ah! Da ist der nächste. So. So, geschafft. There is still one last left. Da. Oh, echt jetzt? Muss ich die Scheiße hier nochmal machen. Okay, letzter. Ich bewege ... Ich wollte gerade sagen. Wow! Alter, geht der ab. So, letzter Versuch. Die Folge ist wie auch schon vorbei. Wir werden mal gucken, ob wir uns daran erinnern können, da nochmal dran zu gehen. Fuck you. Nochmal. Ja. Woo! Okay, go. Und go. Und stopp. So. Ganz langsam jetzt. Uh. Okay. So, das ist jetzt auch geschafft. Lieber pushen. Boah, dieses Teil hört sich so ätzend an, ne? Wie, als wenn du irgendwie klebrige Schuhe hast. Bei jedem Schritt sich so die immer so mäßig lösen. So, da ist der Nächste. Oh Mann, ey. Dauert gar nicht lange. So. So. Das war's. Die Folge schon überlänge gekriegt. Ja, ähm. Tut uns auf jeden Fall echt leid für Worms. Hoffentlich konnte euch das ein bisschen entschädigen, dass mal wieder eine Rundenfolge Happy Wheels kam. Wir bedanken uns auf jeden Fall. Oder ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuschauen. Und sag mal. Nächstes Mal gibt's wieder Worms Action. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Tschüss.